Herzlich Willkommen bei den 30 Zeitspartipps am iPad. Mit diesem Gerät hier, Apple TV, könnte eine kabellose Bildschirmübertragung von eurem iPad auf zum Beispiel einen Fernseher oder Beamer starten. Zieht dazu rechts oben das Kontrollzentrum hinunter und tippt auf Bildschirmsynchronisation. Wählt dann euer Apple TV aus und alles was ihr auf eurem Bildschirm seht, wird automatisch auf den Fernseher oder Beamer übertragen. Weitere Infos findet ihr hier.